Wie machst du das, Digga? Oh, bitte. Nein. Und das Ding ist beides unerwartet. Er macht so, er macht so Filme und dann war am Kommen. Ich spiel Geld. Was machen wir eigentlich? Swipe. Ja, mach mal! Mach mal! Mach mal! Jo, meine Freunde, was geht? Ja, willkommen auf BROTV. Mein Name ist Mehmet. Mein Name ist Bayram. Freunde, heute haben wir ein Special, wie ihr im Thumbnail und Titelbild entnehmen könnt. Viele haben uns von euch gewünscht. Und zwar, richtig oder Klatscher. Nicht wir, sondern. Wir haben heute ein Special dabei. Der wird uns die Klatschen verteilen. Ihr wisst schon bestimmt wer, aber wir machen das ein bisschen spannend. Deswegen Special, bitte hier irgendwo. Einmal hierher. Einmal hierher. Du! Ein, Leute! Und? Und, Junge? Wie geht's macht ihr überhaupt? Gut, bei dir auch? Auch, danke schön. Heute, Chef, komm in die Mitte. Die Leute freuen sich auf jeden Fall, dich wiederzusehen. Und wir haben Fragen von der Assistenten da hinten. Und wer die falsche beantwortet, der wird diese Hand... Mach mal so, mach mal so. Nein, deine Hand so. Und Adler, ne? Mit Adlerhand. Und diese Hand wird heute Klatscher verteilen. Deshalb bei jeder falschen Antwort. Nicht mehr wir beide werden uns gegenseitig klasten. Wir haben heute jemanden dabei, wie gesagt unser Wanderer. Leute, folgt uns jetzt auf Instagram. Sonst würde ich sagen, wir beginnen jetzt mit dem Video. Und... Peace! Peace! Leute, Mafia-Bauer-Vinko jetzt die Fragen stellen auf Deutsch. Waller sein Deutsch ist super. Seit 30 Jahren hier in Deutschland. Ja, Junge! Junge! Angefangen und bis jetzt. Ja. Wie viele Stück das Video unten drin, YouTuber? Bei wem? Bei uns? Ja, bei uns. Was lachst du, oder? Okay, er hat gefragt, wie viele Videos habt ihr bis jetzt seitdem ihr YouTube habt online. Wie viele Videos? Was sagst du? Ich sage... 120. Ich sage... 156. 156. Du musst schon gucken. Aber ich schaff da, aber ich schaff da. Waller Bayern gewinnen. Ja? 166. Waller Bayern gewinnen. Wie viel? 166 Stück. Leute, die richtige Antwort war. 166. Ich war da. Jetzt kommt ein Klatscher. Nicht von mir, sondern von Mafia-Bauer. Jetzt musst du... Was musst du machen? Warte, was musst du machen? Schhhh. Osmanlı. Tokar. Ich geh mal weg, bevor er mich auch trifft. Haha, Mamo. Tut mal halt. Boah. Boah. Warte Osmanlı, Tokar. Yazıklar. Waller Yazıklar. Mamo, Waller Yazıklar. Boah. 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 Er ist so gefangen. Das war so eine Klatsche. Boah. Waller, er hat sich nicht hochgeguckt. Waller, wofür macht's? Waller, was war das? War das, Alter? Noch nie von ihm einen Krasch? Ey, er macht so einen Buben. Boah. Heftig. Ich hab mich konzentriert auf seine rechte Hand. Waller. Er guckt mich und macht. Und dabei gibt er mir mit den Linken. Leute, Waller, das ist geil. Jetzt, äh... Hast du Pullover? Wie viel 50 Cent? Pullover? Was ist das für ein Deutsch? Waller, ich hab dich nicht verstanden. Noch einmal. Hast du Pullover 50 Cent? Wie viel 50 Cent? Leute, er meint, wie viele Pullover... Wie viele Pullover hast du 50 Cent? 50 Cent. 50 Cent. Ich sage... Nein. Ja, du. Jetzt du. Ich habe lange schon nicht mehr verfolgt. Ich sage... Boah. Ähm... Ich sage mal... Weil 50 Cent sage ich 50 Millionen. Boah, als ob er so viel hat. Ich sage 49 Millionen. 49. Was ist die richtige Antwort? Waller, 26 Millionen. Ja. Waller? Ja. So wenig? Ja. Boah, Bayram. Boah, diese Hand, ne? Boah, das ist anders als bei uns. Das sage ich dir. Boah. Oh, ja. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Wir sind ein bisschen Freunde und so. Wie ist das? Ja, sag mal. Waller, ja. Aber wir lücken hier. Ich sage mal. Genau. xD Ja, eigentlich. Ich sage mal. Weil ich sage aber nur sechs. агnisch. Ich sage mal. Kann man Döne in meinem Was? Ja? Nein. Ich sage mal. 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 Hallo, hallo. Hab'rach. Er kommt mit einem Video rein, du. Chaud'ey Azbaşim, du-chau-ay, Başha. Hallo, wir drehen Video. Woha, Harry Azmal'in. Gittt, du. Harry Azmal'in. Wer nicht redet, er kommt mit Stopp sogar. Beli. Lass' mal gehen. Lass' mal gehen. Beli. Tschau, wassat? Tamam, Brach. Tamam, Brach, Harry. Tamam, Brach. Die Schläge von ihm, einfach diese dicke Betonhände, verstehst du? Ich habe Angst nicht. Das tut ihr halt. Das tut ihr halt. Das tut ihr halt. So, Junge. Ja bitte. Ich bin jetzt wie alt. Du bist wie alt. Aber geboren. Jahre und Monat. Okay. Ja. Ich sage 1971, 6. April. Warte, er hat irgendwie zwei Geburtstags. Warte. Er hat am 1.8. Geburtstag, Junge. Ich weiß gar nicht, Alter. Er hat irgendwie zwei. Am 1.8. 1900. Was hast du gesagt? Nein, sag ich nicht. Sag ich nicht. Ich muss doch hören. Ich habe schon gesagt. 71, 6. April. Ich sage 72. Nein, nein. Das hast du gegeben. Ja, ich habe gewonnen. So viel Spaß. Wie ist der denn? Was? Warte, wenn ich... Ich habe immer bei dir gesagt. Erste 71, 6. April. Okay? Sechste April. Ihr wisst nicht, wie ich mich gerade freue. Boah. Ich wüsste nicht, wie ich mich gerade freue. Ich wüsste nicht, wie ich mich gerade freue. Nein, da. Was war es mit? à 담st du run-t? Maasallah. Wie ihr herre criedst yapain? Ah nein, ich liebe dich guter. Umm. 차� Was Me drive? Gott, ihr hört den von Mummy. Ohohoosig! Das hier, deine Bühne, deine Strasse. und bis in türkei kapukule grenze die 1000 km ok also wie weit ist die entfernung von hier bis nach türkei grenze also ist aber diese kapukule ich sage ist es weit ich sage was sagt in der schaltung oder die kommentare vielleicht wisst ihr es ich sage 2.900 km 1800 laber nicht mal niemals 2183 also 2.000 2.000 2.000 2.000 183 also weiß ja ja auch 800 scheiße digga viel spaß bei den klatschen ich weiß nicht mehr lieb sagt mir das oh wie machst du das digga und das ding ist beides unerwartet er macht so er macht so viel wunderbar komm ich gebe jetzt warte mal der ist schon schnell jetzt das bumm war meine mama und beide oma ja jetzt wie alte wir als die hat sie immer liebt ja sie lebt ja die zellen gehen kaputt nach bei diesen schlägen die jetzt oma meine liebste ich liebe dich auf jeden fall fragst du das wie du richtig auch sie weiß nicht mal was youtube ist mein kopf schon kaputt alter kröpfe wenn du ok waren wir geworden ist dann hat sie doch nicht also ich sage 1927 900 1927 27 ich sage 1926 1927 er sagt 1927 er macht so jetzt 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 drei und neunzig ab und habe ich jetzt verloren bei der pisch die schlägen sind unerwartet bis 93 maschallah und sieben kurbone bavete kurbana bavete kurbana bavete bavete was machen sie eigentlich nur bavako scht ich darf die jungen was war ja ja zumindest die 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 wir haben oder die wir w wir